servus und hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einer neuen folge die frau am grill hier ist eure anja und was für ein mittwest mist wetter mitten im april das ist doch genau jetzt die richtige zeit das richtige wetter um im haus drin zu grillen oder ich nehme euch mit viel spaß bei diesem video so jetzt bin ich hier in der küche und wir grillen natürlich heute nicht mit dem kugelgrill mit kohlen und auch nicht mit dem gasgrill weil wir sind ja nicht lebensmüde also auf gar keinen fall liebe leute aber ich glaube das wisst ihr alle gar niemals mit einem kohlegrill oder gasgrill im haus grillen weil dann dann wird es echt richtig richtig gefährlich machen aber immer wieder leute also wir grillen heute mit dem elektrogrill und das ist der sewo von der firma severin der pg 8106 so heißt er wenn er hier ohne fahrbares untergestell auf der küchenablage liegt das untergestell das seht ihr hier ich verlinke euch den grill mal unterhalb des videos in der infobox und den betreibe ich heute zum ersten mal im haus den kann man im haus betreiben also das ist kein problem die sollen beweisen ob das sewo beim grillen spritzt und ich habe auch ein besonderes grill gut das richtig abgeht das werdet ihr gleich sehen und ich teste ob es eine fette rauchentwicklung gibt so dass unser feuer melder hier oben gleich anspringt ja der ist da super platziert der kann das mal checken wobei wenn der kameramann oft hier in der pfanne am herz seine steaks raus brät dann springt auch ab und zu der feuer melder an und dann möchte ich noch testen auf unserer steinplatte hier wie heißt das wird ja weil man möchte ja vielleicht auch auf einem anderen untergrund dann den grill betreiben und dann werde ich mal fühlen wie heiß der wird so und jetzt kommen zum grill gut so ich habe hier feinste chicken wings vom türkischen metzger eine wunderbare qualität und die haben ordentlich fett unter der haut und das brutzelt und spritzt ich denke ein besseres grill gut zum testen gibt es gar nicht oder fällt euch noch was fett spritzigeres ein schreibt mir gerne und das video in die kommentare und jetzt schauen wir mal wie man die marinieren da habe ich nämlich was ganz besonderes heute vor ich nehme ein curry nehmt ein curry eurer wahl da gibt es auch unterschiede also ich habe schon echt so reinfall curry pulver erwischt die richtig fad muffig schmecken aber ich habe hier aber ganz wunderbares gefunden muss man schauen weil das habe ich von meiner mama wenn ich den hersteller noch herausfinden kann dann schreibe ich das unterhalb des videos in die infobox ansonsten schreibt mir gerne auch eure curry tipps vielleicht habt ihr da so so richtig gut schmeckende pulver auf lager und was wir dann noch brauchen ist rapsöl und ein bisschen salz und das war's schon und darin werden wir die chicken wings jetzt marinieren ich gebe zuerst ein gutes augenmaß wenn ich so die chicken wings menge betrachte an sonnen rapsöl in eine schüssel sonnenblumenöl geht übrigens auch einfach ein neutrales speiseöl verwenden und dann kommt ein guter esslöffel curry pulver hinein vielleicht sogar auch zwei oder eineinhalb wie ihr wollt das müsst ihr entscheiden so und außerdem noch ein bisschen salz das wird jetzt durchgemischt so marinier ich übrigens auch gern die zucchini ich verlinke euch mal rechts oben zucchini grillen aber richtig bitte auch sehr sehr lecker ja und hier rein lege ich jetzt meine chicken wings so die chicken wings die sind mariniert und jetzt werfen wir mal unseren sebo unseren elektrogrill an und heizen ihn auf 250 grad vor dazu schließe ich den deckel hier ist übrigens ein bisschen wasser in der schale das sollte hier unten immer sein damit einfach auch gewährleistet ist dass nichts raucht aber das werden wir heute prüfen also wasser ist gut drin der grill ist auch geputzt und jetzt werfen wir ihn mal an knopf drücken logo erscheint knopf drücken flammen erscheinen nochmal drücken 250 grad und jetzt bestätigen und die orange leuchte leuchtet und blinkt und wenn sie nicht mehr blinkt dann ist das sebo soweit dann können wir unsere chicken wings auflegen ich freue mich schon was machst du in der zwischenzeit in der zwischenzeit kameramann heute ist ein festtag es gibt pometen wie du immer so schön sagt also die hole ich jetzt so dass die wo ist soweit ich auch die chicken wings ebenfalls so dann öffnen wir den deckel und legen einmal auf so wunderschön es brutzelt genauso muss das sein also von der rauch entwicklung her kann ich schon mal beim auflegen sagen es hält sich in grenzen das ist ja wenn man in der pfanne was raus brät ja ähnlich und damit kann man auf jeden fall leben aber wir schauen uns das an wenn er dann richtig auf touren kommt also wenn man mal den deckel dann schließt schauen wir einfach wie sich das ganze man könnte den auch unter dem abzug betreiben gibt es da irgendwelche leute die sich damit auskennen bei den zuschauern naja da wird der deckel im weg stehen aber wenn man raus geht aber ich glaube kameramann ich glaube nicht mal dass es nötig ist wir warten jetzt mal ab die lasse ich noch drin für später habe ich später auch noch was und jetzt werden wir mal den deckel schließen so der raum hat sich jetzt mit feinstem chicken wings duft schon erfüllt und man muss sagen es gibt eine kleine leichte rauchentwicklung also hält sich aber alles in grenzen man könnte jetzt das fenster öffnen oder den dunstabzug dann anschalten wenn man das in der küche macht aber der rauchmetter der ist bisher noch nicht angegangen also alles im grünen bereich und jetzt schauen wir uns die mal an herrlich es duftet wunderbar ich liebe diese curry chicken wings die müsst ihr unbedingt mal ausprobieren so fein schöne farbe haben sie gell? kameramann was meinst du? ja sieht gut aus oder? ja so jetzt lassen wir die mal noch ein bisschen von der anderen seite brutzeln und dann schauen wir mal ob wir vielleicht noch die 500 grad booster zone zum einsatz bringen die hier auch dabei ist ja die man dann betätigen kann aber jetzt warten wir erst einmal ab ich war kurz draußen und kam dann wieder rein in die küche und ein wunderbarer duft das hier kameramann du bist ein bisschen empfindlich ist dir ein bisschen zu viel rauch? ja also das gute ist dass glaube ich nichts anbrennt und deshalb nicht so schädlicher rauch ist ja also aber ich habe trotzdem durchlüften wollen der feuermelder ist nicht angegangen nein also wenn man empfindlich ist was sowas betrifft was essensgerüche betrifft dann ist es vielleicht nicht so gut den elektrogrill dann in der küche zu betreiben aber ich bin da sehr sehr unempfindlich mich stört das überhaupt nicht es duftet traumhaft und die sehen doch gut aus ja also brauchen wir brauchen wir da noch einen anknuspern ich glaube ich nicht das sieht gut aus und jetzt bevor ich probiere ich lasse ihn noch ein bisschen abkühlen ich gehe noch darauf ein ja auf meine auf meine testpunkte und zwar gespritzt hat nichts was man hier an der zeitung sehen kann ja der rauchmelder ist auch nicht angegangen aber das thema hatten wir schon und hier kann man wirklich drunter greifen unter den sewi man kann ihn an sewo ich nenne ihn sewi unter den sewo also da ist nichts heiß die arbeitsfläche ist nicht heiß geworden und ihr könnt deswegen den sewo auch auf holzplatten zum beispiel betreiben ich verlinke euch das gerät unten in der infobox so und jetzt wird einmal probiert was der chicken wing kann das machen wir doch gleich per hand hier ja sehr schön doch ein bisschen heiß ist doch schön ist doch schön geworden dann könnten eigentlich ausstellen also diese marinade ist hervorragend die haut ist schon knusprig geworden ich finde sie haben eine tolle farbe und wer jetzt noch mehr farbe haben möchte der lässt sich gerne noch ein bisschen länger drauf aber dann muss man aufpassen sonst werden sie trocken also ich finde wunderbar saftig sehr gut gelungen und ich bin sehr zufrieden mit der leistung vom sewi mit dem grillen in der küche mit dem elektrogrill also ich würde es jederzeit wieder machen was denkt ihr darüber liebe zuschauer schreibt es gerne unter das video in die kommentare und jetzt hoffe ich das video hat euch gefallen gebt dem video einen daumen nach oben wenn es so ist wenn nicht gebt ihm einen nach unten aber lasst mich wissen was euch nicht gefallen hat und jetzt würde ich mich freuen wenn wir uns beim nächsten mal wieder sehen abonniert den kanal aktiviert die glocke dann werdet ihr benachrichtigt wenn wir wieder am start sind ich wünsche euch was bis bald eure anja macht's gut so tisch decken auf geht's kameram prometen raus jo 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 jo